Hallo Leute, auf meinem Kanal Afjok1905. Heute sind wir im Flussgebiet, werden dort die Erkundungen machen und natürlich um uns vorzubereiten für die Strahlen-Uni, die wohl nächste Woche auf uns zukommt, gerade auch in dem letzten Video, wo ich es auch schon erwähnt habe, dass wir versuchen natürlich alles mitzunehmen was geht. Und es ist jetzt wieder ein weiterer Teil mit dem Flussgebiet. Wir werden dort jetzt das alles abschließen, werden auch den Boss erledigen. Natürlich ist es nicht sehr leicht, gerade als Anfänger, aber wir werden unser Bestes geben und hoffen auch das Beste für die Strahlen-Uni. Bis dann, euer Afjok1905. Bis dann, euer Afjok1905. Bis dann, euer Afjok1905. Musik 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020